Okay, also einige seltene Sachen sind heute zurückgekommen. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Shop und schauen uns das mal an. Denn ganz oben sieht man schon, die Tron Legacy Sachen sind zurück. Lichtrenner, Gleiter, da fangen wir direkt mal mit an. Dieser Gleiter hier, der sich erstmal so aufbaut aus dem Licht, ich zeige es nochmal schnell. Und ja, der ist nach 775 Tagen zurück. Genauso wie die ganzen Künstler nehmen, die alle hier dieses Rückenaccessoire haben. Ich zeige es nochmal ganz schnell. Ich glaube, die meisten kennen das noch. Hier gibt es dieses Rückenaccessoire, was auch ein Hacke war. Und alle haben dasselbe in der Hand. Ja, wie gesagt, hier die ganzen Skins dann nochmal am Start. Ich gehe die mal schnell durch. Alle davon 775 Tage her und sind dann heute nochmal am Start. Ich glaube, man kann die auch irgendwie anpassen. Also irgendeinen Stil gab es ja noch genau hier, diesen Stil mit dem Helm. Ja, okay, wie gesagt, schon echt selten gewesen. Ich kann auch mal schnell den Tron von Hacke zeigen. Ich habe 775 Tage dann alles her. Darunter RIP RARA Spinnpaket, also keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das ist. Aber hier gibt es dann die maximischen Paket, 122 Tage und Katzenkrölle als Hacke. 8 Tage her. Dann harte Schale, 47 Tage. Und Hüftschwung, 55 Tage her. Und die Schlöfflackierung nach 13 Tagen. Okay, da drunter Strandpromenade Mugui. Eigentlich auch ein nicer Skin gewesen. Die ist nach 21 Tagen zurück mit dieser kleinen Tasche. Dann gibt es noch Outroad Hacke. Auch nur 21 Tage her. Passtner Hacke und Flamingo König, 294 Tage. Mit Passtner Hacke auch 294 Tage her. Und dann gibt es hier auch noch das Zwicky Rücken Accessoire. Also hier wieder seltenere Sachen, denn auch das ist 294 Tage her. Okay, Liebestöterin darunter, 44 Tage nur. Und Rattenangriff Paket, 33 Tage nur. Also hier ist dann jetzt nichts seltenes. Aber darüber die Sachen sind natürlich selten cool gewesen. Panama-Beauftragte, ist natürlich auch sehr, sehr oft hier. Die ist auch nur so knapp zwei Monate her. Hat ja auch mittlerweile diesen zweiten Stil ohne diese Maske. Das Memento Mori Paket, 44 Tage nicht hier gewesen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, muss man sagen. Ich zeige mal schnell den Ton. Hier von der Hacke, ja, die ist ganz okay. Und das ist wie gesagt nur ein Monat her. Tägliche Sachen. Marius auch nur ein Monat her. Schrottritterin Jules, zwei Monate. Und dann gibt es noch Schlagsäge, 121 Tage. Dann gibt es hier noch den angepassten Hängegleiter. Nach 71 Tagen. Adler 72 Tage. Und durch die Decke 40 Tage. Also jetzt hier unten ehrlich gesagt nichts mehr krass Besonderes. Oben die Sachen waren aber wirklich verdammt nice. Und ich glaube dann sogar auch, dass das Besondere dann ganz oben hier diese schon leckeste Sachen sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.